Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um eine Neuerung in Photoshop, die ich echt klasse finde. Wie kannst du aus einem Foto mit einem Klick einen Hintergrund entfernen? Das zeige ich dir in diesem Video. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich möchte dich vorher noch ganz kurz auf meinen Instagram-Account hinweisen. Dort poste ich inzwischen jeden zweiten Tag mindestens ein Foto. Also wenn du Bock hast, meine Bilder auch zu verfolgen, dann kannst du mir da auf jeden Fall folgen. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Ich würde mich freuen, wenn ich dich auch dort begrüßen könnte. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe jetzt hier Photoshop 2020 offen. Das ist also die aktuellste Version, die vor ein oder zwei Tagen rausgekommen ist. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Bilder auch geöffnet, wo ich das Ganze schon mal probiert habe. Es funktioniert wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Es ist eigentlich keine Neuentwicklung, sondern eher eine Weiterentwicklung, denn die Objektauswahl, die gab es ja auch schon vorher. Es ist jetzt quasi ein neues Tool dazu gekommen, womit das Ganze noch ein bisschen einfacher geht. Und das ist das sogenannte Objektauswahlwerkzeug. Schwieriger Name, wie ich finde. Ja, ein bisschen blöd ins Deutsch übersetzt. Den findet ihr hier oben. Ich habe mir den jetzt mal unter das Schnellauswahlwerkzeug und das Zauberstabwerkzeug gepackt. Wenn ihr den da noch nicht drin habt, dann klickt einfach mal hier unten auf die drei Punkte. Und vielleicht ist es hier irgendwo drin. Ihr könnt aber dann auch die Symbolleiste bearbeiten und dann euch entsprechend hier das Objektauswahlwerkzeug von der rechten Seite hier, was vielleicht noch nicht verwendet wird, hier irgendwo reinziehen, wo ihr es gerne hättet. Dann klickt ihr hier auf Fertig und dann könnt ihr euch das hier entsprechend auswählen. Dieses Objektauswahlwerkzeug, das kann man entweder mit einem Rechteck machen oder mit einem Lasso. Und alles, was ich jetzt tun muss, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Person auswählen möchte, dann einfach hier einmal ein Rechteck über die Person rüberziehen und Photoshop macht den Rest. Und du siehst schon, es funktioniert, wie gesagt, richtig gut. Also wir haben jetzt hier direkt die Person so komplett ausgewählt. Das Ganze, ich werde das jetzt hier nochmal zurücknehmen, das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Lasso-Werkzeug. Bedeutet, ich kann jetzt hier also auch mit gedrückter Maustaste hier mit dem Lasso arbeiten und hier um die Person einmal rumgehen. Wenn ich jetzt die Alt- oder die Optionstaste dabei drücke, dann verwandle ich dieses Lasso-Werkzeug in ein Polygon-Lasso-Werkzeug. Und ich kann jetzt hier also quasi gerade Linien ziehen und mit einem Klick jeweils einen Eckpunkt setzen und das Ganze dann entsprechend hier weitermachen. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel mal nur den Kopf ausgewählt. Also das geht auch. Dann ist jetzt hier entsprechend an dem Kragen dann Schluss. Also ich muss jetzt nicht immer die gesamte Person auswählen, sondern ich könnte zum Beispiel auch nur den Kopf auswählen. Ich könnte aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Auswahl nochmal weggenommen, Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier nur den Anzug haben und zwar auch nur hier auf der linken Seite, nur diesen blauen Anzug. Dann wähle ich das einmal aus und Photoshop markiert dann automatisch auch hier nur die Anzugsseite, also seine rechte Anzugsseite. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich habe jetzt aber in dem Videotitel ja geschrieben, dass man mit einem Klick den Hintergrund entfernen kann. Und das funktioniert auch. Das ist im Endeffekt nur ein anderer Weg. Das ist im Endeffekt genau das gleiche Werkzeug. Es funktioniert auf der gleichen Basis. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss jetzt hier diese Ebene, die ich hier offen habe, die darf keine Hintergrundebene sein. Das heißt, dieses Schloss muss hier weg sein. Dazu klicke ich jetzt einfach einmal doppelt hier auf diese Ebene drauf und dann kann man hier der neuen Ebene einen Namen geben. Ebene 0 heißt die jetzt bei mir einfach und dann ist dieses Schloss hier weg. Und dann kann ich nämlich hier in den Eigenschaften, in der Eigenschaftenpalette dieser Ebene unter Schnellaktion den Hintergrund entfernen. Hier gibt es zwei Buttons, Hintergrund entfernen und Motiv auswählen. Motiv auswählen ist im Endeffekt genau dasselbe, was wir gerade eben gemacht haben. Wenn ich da einmal raufklicke, dann wird entsprechend hier der Bräutigam ausgewählt. Und wenn ich jetzt Hintergrund entfernen sage, ist es im Endeffekt genau dasselbe. Auch hier wird wieder die Auswahl getroffen, nur dass dann entsprechend sofort auch dabei mit maskiert wird. Also hier wird auch wieder der Bräutigam ausgewählt und es wird einfach nur dazu entsprechend schon eine Maske erstellt. Und somit kann man tatsächlich, wie gesagt, mit einem Klick hier den Hintergrund entfernen und zum Beispiel einen neuen Hintergrund einfügen oder was weiß ich damit machen. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken. In den Haaren vielleicht noch so eine kleine bisschen Anpassung machen. Hier bei seiner Frisur funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Da muss man eigentlich keine Anpassung machen. Im Vergleich zur 2019er Version wurde das Tool noch so ein bisschen weiterentwickelt. Dahingehend, dass wir jetzt hier wirklich sehr gute und akkurate Auswahlkanten haben. Also hier ist jetzt nichts mehr pixelig, so wie man das manchmal aus der 2019er Version noch kannte. Sondern das ist jetzt wirklich hier alles sehr, sehr gerade und flüssig geworden. So, schauen wir uns mal ein weiteres Bild an. Hier zum Beispiel, hier kriegen wir schon ein bisschen mehr Probleme, weil wir jetzt hier so ein kleines Fell haben in der Kapuze. Und entsprechend wird das dann hier schon ein bisschen schwieriger. Aber ich kann auch hier mal wieder einen Doppelklick auf diese Ebene machen und damit dann die Möglichkeit schaffen, hier den Hintergrund zu entfernen. Und du siehst auch hier wieder, das funktioniert richtig, richtig gut. Und man müsste jetzt halt hier entsprechend noch so ein paar kleine Anpassungen an den Haaren machen. Dazu wähle ich mir jetzt einfach irgendein Auswahlwerkzeug aus hier und sage dann auswählen und maskieren. Und entsprechend hier mit dem Kante verbessern Pinselwerkzeug kann ich das dann machen. Ich kann dann auch hier den Smart Radius zum Beispiel noch einstellen, so mit zwei bis drei Pixeln. Ja, ich könnte jetzt hier auch noch so ein bisschen mit Kontrast arbeiten. Aber man muss dann natürlich auch mit dem Kante verbessern Pinselwerkzeug hier noch einmal drüber gehen. Dazu habe ich aber schon einige Videos gemacht. Das sollte nicht neu sein. Ansonsten gucke auf jeden Fall in meinem Kanal nochmal rum. Ich glaube, das ist inzwischen das zweitbeliebteste Video auf meinem Kanal mit den meisten oder mit den zweitmeisten Klicks. Also eine Person mit einem Klick freistellen. Da habe ich das Ganze schon mal erklärt. Und dann kann man hier entsprechend dann auch entweder einen neuen Hintergrund einfügen oder du kannst die Person extra bearbeiten, vom Hintergrund losgelöst. Also dieses Tool an sich ist natürlich erstmal ein super Werkzeug. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht so, dass du jetzt mit einem Klick eine perfekte Auswahl bekommst. Vor allem dann nicht, wenn du mit solchen Frisuren arbeiten musst, wo viele Haare vielleicht im Wind rumfliegen, sondern es ist ein Tool, was es schneller macht, was dein Workflow schneller macht, wo du sehr viel Zeit sparen kannst, wo du aber natürlich dann trotzdem am Ende nochmal selber Hand anlegen musst. Gucken wir uns mal noch ein paar weitere Beispiele an. Ich habe jetzt hier mal zum Beispiel noch ein Bild, was ich damals in New York geschossen habe mit sehr viel Gegenlicht. Und ich bin einfach mal gespannt, ob das jetzt hier auch gut funktioniert mit dem Objektauswahlwerkzeug. Ich werde jetzt hier mal wieder das Rechteck nehmen und einfach hier ein Rechteck um die Person herum zeichnen. Bin ich mal sehr gespannt, weil wir hier auch sehr viel im Vordergrund noch haben, was unscharf ist. Dann haben wir hier den Hintergrund auch nochmal unscharf. Und ja, es funktioniert einigermaßen hier an den Haaren. Da muss man halt dann nochmal entsprechend ein bisschen Hand anlegen. Ansonsten hier die Auswahl zwischen Arm und Schulter, die müsste man noch manuell machen. Aber ansonsten wurde auch hier das Objekt bzw. die Person wieder sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut erkannt von Photoshop. Auch hier haben wir noch ein Beispiel. Beispiel auch hier könnte man jetzt sehr, sehr einfach zum Beispiel hier den Hintergrund entfernen. Das ist hier schon keine Hintergrundebene mehr. Einfach mit der Schnellaktion Hintergrund entfernen. Und entsprechend wird das hier auch sehr, sehr sauber und schnell gemacht. Hier hat man wieder zwischen dem Arm und der Brust so ein bisschen was, was man vielleicht noch wegmachen müsste. Da wurde der Hintergrund nicht erkannt. Und ansonsten hier natürlich durch die Frisur sollte man auch nochmal gehen. Also jetzt könnte man hier wieder sagen auswählen und maskieren und dann entsprechend hier mit dem Kante verbessern Werkzeug hier nochmal so ein bisschen durch die Haare gehen und hier so ein bisschen die Transparenzen noch hervorheben. Also hier einfach nochmal so ein bisschen an den Haaren nacharbeiten und dann ist das entsprechend auch richtig gut. Also dieses Werkzeug finde ich sehr, sehr klasse. Es ist eine schöne Erweiterung, eine schöne Neuerung in Photoshop, wie ich finde. Und mich würde mal interessieren, ob du selber dieses Werkzeug in Zukunft nutzen wirst. Schreibe es mir gerne mal unten in die Kommentare. Schreibe mir auch gerne dazu, was du davon hältst. Und ob Photoshop da auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen ist. Oder ob es vielleicht eine andere Richtung sein sollte. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Ansonsten, falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Falls du es noch nicht getan hast, abonnier den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ansonsten schau wie gesagt auch mal bei Instagram vorbei. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.